Wie kann man auf Reddit posten? Möglicherweise haben Sie sich entschieden, Ihre Aktivität auf Reddit zu starten. Um loszulegen, müssen Sie lernen, wie man einen Beitrag veröffentlicht. Geben Sie dazu die Software ein. Klicken Sie in den folgenden Optionen auf die Plus-Option. Jetzt haben Sie mehrere Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit besteht darin, ein Foto hochzuladen. Die zweite Option bezieht sich auf Videos. Die dritte Option bezieht sich auf den Text. Und die vierte Option bezieht sich auf den Link. In der fünften Option können Sie auch eine Umfrage durchführen. Schließlich können Sie auch Ton aussenden. Ich klicke hier auf die Text-Option. Wählen Sie nun hier einen Titel aus. Zum Beispiel dieser Titel. Klicken Sie nun nach Abschluss der Arbeit auf die Option oben rechts. Hier können Sie auch den Abschnitt auswählen, in den der Beitrag hochgeladen werden soll. Ich wähle zum Beispiel diesen Abschnitt. Klicken Sie nun auf die Option oben rechts. Sie können sehen, dass die Post gesendet wurde. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie diese bitte in den Kommentaren. Wenn dieses Video nützlich war, liken und abonnieren Sie es bitte.